hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem kanal heute geht's los heute gehen wir auf ein konzert zu rammstein nach berlin ja ich freue mich schon darauf es geht dann gleich los ich nehme euch ein bisschen mit auf so meine tour wir sagen auf unsere tour kinder sind versorgt also da braucht ihr euch keine gedanken machen diese nacht wird richtig geil vielleicht gibt es noch ein paar ausschnitte mal gucken wie ich schneide und ich hoffe euch gefällt das video und wenn es ja dann lasst doch mal ein abo da das wäre sehr 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 nett für mich um für meinen kanal das wäre schön wenn ihr mal ein abo da lässt kostet ja nix na das wäre geil also es geht los ich nehme euch ein bisschen auf die tour rück zu eher weniger weil ich dann fahren muss weil meine dame werde ich gerne noch mal gucken ob das so wird einmal lächeln die kamera also unser stau wird sich hinziehen so wie es aussieht naja von neun minuten sind es jetzt verlängerte neun minuten von den verlängerten neun minuten sind es nochmal verlängerte neun minuten also herrlich naja gut wir werden sehen jetzt ist geplante ankunftszeit um fünf da sind wir mal gespannt bis dahin also die ersten stellen wir jetzt hinter uns nach gefühlten halben stunde eine viertelstunde auf jeden fall es geht weiter so jetzt haben wir schon mal kurz erreicht also das ziel ist da schau wie es wird so meine freunde sind wir kurz vor dem ziel wir haben dort leichten zähfließenden verkehr aber das ist ja normal für berlin schauen wir mal wie es weiter geht hier bis später kurz vor dem beginn jungs hier ist war böke basiert sie ist deswegen hatte ich das trinken im auto ja ist die deiner alles kack hier naja gut ich suche mal ein trockenes wir haben es geschafft auch mit trockener hose ja kommt die ist schon trockener als wie vorhin ich hoffe dass meine aufnahmen werden oder was da die leben wo mein handy geflossen ist schauen wir mal bis später das ist wahnsinn ich bin das erste mal im stadion und so was geil ist das Vielen Dank. Das war's für heute. Musik 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 Jean Und nach dem Tod an der Erde, die in den Himmel flachst du dann. Aber warum hat sie nicht getan? Es wird die Wolken strahlen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind dabei, Gott weiß, ich will kein Engel sein. Wir haben Angst und sind dabei, Gott weiß, ich will kein Engel sein. Sie leben hinterm Sonnenschein, getrennt von uns unendlich weit. Sie müssen sich am Sternen kratzen, damit sie nicht vor Himmel fallen. Es wird die Wolken strahlen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind dabei, Gott weiß, ich will kein Engel sein. Es wird die Wolken strahlen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind dabei, Gott weiß, ich will kein Engel sein. Wir haben Angst und sind dabei, Gott weiß, ich will kein Engel sein. Wir haben Angst und sind dabei, Gott weiß, ich will kein Engel sein. Es war wunderschön. Danke nochmal, Mutti. Danke. Ein Traum ist wahr geworden. Ich hoffe, euch hat der Blog etwas gefallen und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace. Und denkt an den Abo, der ist kostenlos. Tschüss. Jetzt geht's mit der Kommission. Tschüss. Tschüss. Tschüss.